Also bis hierhin und nicht weiter, ne? Das Karamellbonbon ist bei uns. Und der Polo-Holes. So, was haben wir denn da? Okay, kein Drang. Silber. Der wurde aus Matchen entfernt? Okay. Tja, gehts mal los hier? Keiner lädt mehr, aber... Gut gemeckert. Ja. Ne, 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 jetzt gehts nicht los. Jetzt dürfen wir uns den grauen Hintergrund einbringen. Jetzt dürfen wir anfangen. Kuppelraum. Lauf. Tja, Tja, Tja das kann wieder nicht erwischt ich sehe dann nicht mal ich gehe aufs dach ich wollte nicht klauen entschuldige ich kann nicht so tief sinkt nicht so tief ich kann ich habe ja nicht gesehen aber sagt ja man gekillt so schön der hat er sein köpfchen raus gestreckt hängt die kamera noch da schmeißt einen c4 unten muss einer sein köpfchen zeigen würde ich sehe sie da rechts beim kühlschrank gewesen oder jaja genau sitzt da auf dem schrank schade ist immer noch das gesehen ich bin aber allein kann es mir nicht erlauben hier so viel zeit zu verdödeln wo ist denn der defuser warum keine biografie bilder richtig was sagt denn die drohne hier kann ich da rein kein plan ohne sagt gar nichts kann ich ja leider nicht schön wenn ich drehen von hinten wo ja noch genau die links gekrabbelt ach scheiße die war doch gar nicht tot die war bis daunen alter das hat die auf dem schirm ich hab gedacht du ignorierst die extra ich hab ja nichts gesagt nee warum soll ich die ignorieren ich bin ich bescheuert wenn ich doch vor dem nachladen ja wenn du wenn du irgendwo nehmen muss man zuhören wenn du irgendwo hingehen musst um es zu finishen aber die lacht direkt neben mir der ich weiß bevor ich nachladen noch mal schießen das doch kostet null zeit kann natürlich auch sein dass du was gehört hast oder so deswegen man geht nicht irgendwie einen schritt vor oder setzt nach oder geht nicht ans fenster oder irgend so was um einzufinischen aber das ist eine völlig andere situation problem ist halt an ella auch dass sie noch was dann kann ja die hat ja schon dreimal erschossen wenn ich wusste dass sie noch nicht down ist ja dass sie noch nicht tot ist das ist halt jetzt echt nicht eigentlich ist es auch merkwürdig dass sie nur down war ja als nächster nähe mit der waffe das hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet ja die wand kriegen wir schon oft haben wir keine sorgen genommen karamellbonbon bewegt nie die drohne ja wie gesagt ich krieg die wand auch auf wir brauchen wir nicht roach gone roach oben werden sie sporn pieken Leute ich habe gerade gehört wie oben das Fenster aufgeschleimt der biohazard container location haben cool ja ist aber schuld ne absolut jetzt krieg ich hier nur nichts auf warte mal ich stell erst die Fenster ich hab gerade die Kalle weggeschissen ah ist gereicht der Fremden uns zu sehr ja scheiße das ist weit links hinterm Schild ist keiner haben wir da ich zwei weg geholt ich weiß aber nicht ob da noch welche anderen sind naja hier lange war dann habe ich dann ist der K.I.T. hier noch im Raum da ist ne Kamera die mir um den Sack geht aber soll mir egal sein oder kannst du dich vielleicht mal wegschießen genau von deinem gadget oder so wir haben ping der muss hier zwischen den Regalen sitzen der K.I.T. gehen wir haben das kann man drohen da wollte er aufstehen nur ich gedroht habe warte direkt am behälter zwischen den Regalen das war schon da habe ich dahin sprinten sehen und dann denke ich scheiß drauf ja ich werde es auch nachkommen also schon geschafft sehr gut zu dritt gewonnen so muss es sein ja ja fuck wir es verteidigen auch Mute oder Frost Schalter Mute ja 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 aber im Grunde ist es auch egal weil die sowieso da äh ich weiß nicht es ist ganz schwer stellen wir euch solche Fragen um die Uhrzeit ja ok, we need to protect the biohazard container ha ha das ist halt die Frage aber das hat wir jetzt trotzdem verstärken sollen oder was denkst du auch klar wenn du sonst nicht brauchen ja wir könnten sonst auch im Raum mehr hochziehen dann lasst uns hier bat hochziehen dann kann ich jetzt von der ganzen Seite ich sperr mir die ganze Seite damit ich verstrommen die Sachen dann hier machst du an die Außenwand ja ja das hat 10 Sekunden es dauert genau 5 Sekunden eine Wand hochzuziehen Alter das ist viel zu lang ich könnte es nicht nur auf 3 reduzieren ja das wird auch konnt Heaven Acting by Jammer ja sortern eine Granate NOOOO Alter Alter! Who the fuck shuttle? Halt dein Maul! Deck weg weg! Machen wir mal weg! See you! Oh die haben den Schild hier? Jaja sind mit dem Schild hier unten drin ganz ruhig Wir haben hier draußen am Fenster ne Ladung Können wir nicht mehr rausspringen am Fenster Ok Wir schießen jetzt hier unten noch eine rein Das piepen wir nicht Ich bin geflasht, scheiße sind es Ich auch Scheiße C4 hat Glück geflogen Au, danke Was? R4 is securing the biohazards Mich auch Mit dem scheiß C4 war ich das Da muss man Ja, da muss man halt wissen, wo man es hinwirft Dass da keiner in der Nähe ist Wenn die eigenen irgendwo da in der Gegend rum Eigentlich war die Fili ziemlich weit weg Das ist ganz mich gewundert, dass es sie wohl getroffen hat Die haben da ewig große Reichweite Das ist... Aber nicht beim Gegner, nur beeignen Ja, normalerweise funktioniert das ja super mit dem C4 Ja Das auch immer... Weißt du, wenn so ein Monty Das ist immer total spannend Wenn so ein Monty irgendwo steht Da steht oft nur so ein Pixel zu weit in eine Richtung gedreht Dass du ihn nicht von da weg schießen kannst Das ist ganz schlimm Und da ist den einen nur angeschossen Nachdem man schon aufgehört hat die Dings hochzuziehen Da haben wir noch einen Spieler verloren Ja Also bei mir hat er noch hochgezogen Nee Der hat erst aufgehört in dem Moment, wo ich getauscht geschossen hatte Nee Der hat schon bis eine Sekunde gestanden, bevor du geschossen hast Okay Okay Da haben wir hier selbst Wenn... Ja Ändert auch nichts Dann zieht er trotzdem hoch Wenn du... Wenn du aufwänden anschießt Na eigentlich solltest du auch... Das ist saudumm So oder so Ja Machen wir die Zwischenwand? Wo soll ich sonst gehen? Äh... Können wir machen Ich hab hier auch noch eine... Ist immer eine Drohne drin Ich hab noch zwei Stromies Ich bleib mal hier vorne an der Wand, falls ich das hätte schauen Dann kann ich hier nochmal nachlegen Mhm Die haben den Boden aufgeschossen von ne... Vom Arbeitszimmer Und ein Merkgeschoss Hier ist ein Schildi an der Tür bei mir Oh Äh... Da am Norden müsste er schießen zu rennen Er hat mir seit Valkyrie meinen Knie weggenommen Ich hab draußen einen gekillt Der hat vor... Zwischen den Objektivien bleibt hier Draußen seilt hier noch einer auf der Westseite Oh shit Und der hat mich Fuck ist da draußen Na Ja Der hat nach Ende auf Gunnar ist da einer mit CCTV bei dir? Ja Hat Monty Ich kann leider nicht rüber, weil hier glaub ich noch einer draußen ist Da kommt eine Drohne vom IP Huch! Bin drin! Bei dir! Scheiß, das ist noch einer Ja, ich mein, der war ja schon drin, aber ich hab ihn nicht gesehen Der ist hart rechts Der ist hart rechts Ja, ich weiß wo der ist Warum rennst du überhaupt rein? Weil ich dich von draußen beschossen, wo du wieder rein musste irgendwo Ja, bleib doch einfach mal im Objektivraum Einen kleinen Office kommt Kali Die ist immer noch da drin, hinter dem Schrank, weißt du? An nem Fenster wo wir mal reinkommen Da ist sie gerade Ist immer noch da Immer noch da Jetzt ist sie gerade, jetzt ist sie gerade Schusslinie, wenn du jetzt rum gehst On ping Sehr gut Nice Der Buk Weil es anstatt in Deckung zu bleiben, da zu drohen? Nein, das ist wie mit dem Raum und Drohne Wieso bleibst du einfach mal im Objektivraum und verteidigst ihn da rennst? Über den Flur in den Raum und kriegst du so ein Loch, wo du sowieso nicht schnell reinkommst Das Problem war, der hatte bei mir um die Ecke gedrohnt Ich dachte, er ist direkt vor mir und hab rumgelaufen und geschossen Niemand kam dann einer den Dings hoch und hat auf dich geschossen, dann musste ich irgendwo rein Ich kam nicht mehr zurück Deswegen musste ich jetzt vorwärts oder sterben Dann sterbe ich eigentlich halt vorwärts und sterbe da Oh mein Gott, ich war der einzige Schoss, die alle Ich mach lieber die Dings oder? Scheiß egal ist ja Ich mach die eine Lupe zu Die andere lassen wir auf, oder? So wurde die Tütschschule gerade gesehen So wurde die Tütschschule gerade gesehen So wurde die Tütschschule gerade gesehen Kapsel Ui 416.000 Wände hier mit vier Leuten, er ist so behindert Ja ich hab nur noch eine leider Da war ich wie es hier, der ganze Wadeschule kommt los Ja, es gibt wahrscheinlich nichts mit dem Mute da Auswandraum Fenster glaube ich noch Oh Wurde durch die Bante stecken Ah, leider nicht getroffen Vermeid das draußen Er ist immer noch draußen im Fenster Ok, meine Banditgeräte sind weg, ich hab alles weggeholt hier Kali hab ich gedowned, oder gekillt Da ist noch einer Twitch In großen Halle an dem Eingang, weißt du Das wird da links von dir die Tür Mh Thermet ist im Bad Sehr gut, der ist tot Thermet ist tot Ja gut, das war glaube ich der, der mich gekillt hat Mh 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 das ist die rechts von mir scheiße oben am schrank alter dass er das gewonnen hat die haben darum die luke aufgemacht der die aber gucken soll durch die tür ist ob die luke auf wissen so wenn er eine ecke rum schimmelt ja gern auf dem schrank da wundert mich eher dass er mich nicht direkt von der tür schon geholt hat aber das für eine granate in die ecke geworfen habe ich nähe in die andere gegenüber ich habe aber da eigentlich erwartet er noch nicht auch hingepinkt er war auch total darauf fokussiert dann muss das selber die mitgekriegt hat ist der fußor ist nacheinander hochgeklettert mit dem glitsch oder so weil er weil er war meide war nämlich auch die ganze zeit ich habe da ja den den einer den ich vorher erschossen hat der war da aber dann hat er nicht mitgericht dass ich den weg geholt hatte wahrscheinlich das kann natürlich sein den anderen erschossen den vorletzten ich glaube das reicht doch für heute ja 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 ja